Vor ein paar Tagen habe ich in einer Nachrichtensendung einen schönen neuen Effekt gesehen. Während ein Markerstift über einen Text fährt, bewegt sich das Ganze im dreidimensionalen Raum. Da dachte ich mir, das kann man im Camtasia doch ganz einfach nachbauen, allerdings nur, wenn man die richtige Bearbeitungsreihenfolge einhält. Ich zeige mal kurz, wie das geht. Mein Beispiel blende ich hier aus. Ich nehme dieses Bild, was ich habe, und ziehe es einfach per Drag & Drop auf die Timeline, natürlich am Anfang hier von der Timeline, und habe dann hier mein Dummy-Newspaper, mit dem ich das zeigen möchte. Dann gehe ich in eine recht große Vergrößerung und suche mir die Stelle aus, wo ich den Text markieren will, und zwar hier diese beiden Zeilen zum Beispiel. Wähle mir dann als Anmerkung unter den Unschärfen und Hervorheben diesen Stift hier und ziehe den einfach per Drag & Drop hier rauf, auf mein Fenster. Dann passe ich die Größe entsprechend an, der soll ja nur diese eine Zeile markieren, es soll ja so aussehen, als ob wir den Stift hier ansetzen und hinten aufhören. Das Ganze kopiere ich mir dann über STRG-C, STRG-V auf eine neue Spur und ziehe es eine Spur oder beziehungsweise eine Zeile darunter, damit wir das auch wirklich einmal diese Zeile, einmal die zweite Zeile animieren können. Animieren ist auch schon das Stichwort. Ich gehe auf Animation, Benutzer definiert und ziehe mir die hier einfach auf meine Timeline, auf das entsprechende Element. So, am Ende soll es genau so aussehen wie jetzt, richtig? Das heißt, ich muss den Anfang hier bearbeiten, klicke dazu auf diesen kleinen Punkt und schiebe jetzt diesen einfach ganz an den Anfang, so dass der Strich nicht mehr zu sehen ist. Gucke mir das an. Ja, wunderbar. Das Gleiche mache ich mit dem zweiten, auch hier eine benutzerdefinierte Animation. Die Animation soll erst losgehen, wenn der zweite Strich gemacht ist, vielleicht noch mit ein bisschen Pause, also hier eine Lücke, damit es so aussieht, als ob ich mit dem Stift wirklich erst die erste Zeile, dann die zweite Zeile markiere. Mache auch hier genau das Gleiche, mache das ganz kurz und wenn ich mir das dann angucke, dann habe ich erst die erste, dann die zweite Zeile. Wunderbar. Vielleicht mache ich einfach die zweite Zeile hier auch ein bisschen kürzer, dann sieht das noch ein bisschen, ja, echter aus oder wie auch immer. Jetzt muss ich das Ganze gruppieren, weil ich jetzt die gesamte Gruppe animieren möchte. Das heißt, ich markiere die drei, drücke Strg-G und animiere jetzt diese Gruppe. Dazu gehe ich wieder in meine normale Vorschau, wo ich alles sehe und markiere jetzt die Gruppe, öffne die Eigenschaften, falls sie nicht schon offen sind. Und ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und habe deshalb hier mir ein paar Werte überlegt. Das kann man aber sehr schön auch über das Versuch-und-Irrtum-Prinzip machen. So, das sind im Prinzip meine Endwerte und da gehe ich hier ans Ende meiner Animation irgendwo dorthin und dann eröffne ich auch hier eine benutzerdefinierte Animation. Ziehe den Rest hier bis zum Anfang mehr oder weniger oder sagen wir mal da, wo mein Strich anfängt. Ja, es ist schon ganz gut hier die Stelle und setze dann alle Werte zurück auf Null. Und wenn ich mir das dann jetzt angucke, dann bewegt sich das Ganze im 3D-Raum und wird entsprechend animiert. Jetzt kann ich als ganz kleines Feintuning hier noch mit einem Rechtsklick Beschleunigung aktivieren, gucken, welche Beschleunigung ich nehme. Ich habe festgestellt, dass Auto in dem Fall am besten aussieht. Ja, und dann habe ich meine kleine Animation, die aber eine in meinen Augen große Wirkung hat. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal.